Es ist halt immer weitergewachsen, weitergewachsen, weitergewachsen. Stur, fordernd und im Endeffekt auf dem Grundstück halt beschützend war. Rami. Ramses. Komm, jetzt muss man dir ein Leckerli. Und dann merkt man halt, wie liegt das sabbert. Und Platz. 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 Für mich war es halt wichtig, einen Männerhund zu haben. Du kannst ihn auch wirklich anfassen, also du hast was in der Hand. Beim Chihuahua habe ich immer Angst, machst was kaputt. Mein Bruder ist Patenonkel vom Hund. Und ich habe gesagt, such dir einen Namen aus. Ich möchte ihn nicht Trixie oder Herbert nennen. Da wird auf jeden Fall mal eine Party, da wird gegrillt und vielleicht fällt man ab vom Grill. Erbuch. Goten dann hier. Oops. Aufzugehen. Pang, Mama. Ich kann uns nicht mit Cannon. ขichten. Ich bin ein Schüler. Bruno Leib, iane H1.